Ein tschechisches Streichholzschächterchen. Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Yeah, this is one word. How do you say togetherness in German? Zusammengehörigkeitsgefühl. How do you say sale in German? Schlussverkauf. How do you say bat in German? Fledermaus. How do you say speed in German? Geschwindigkeit. How do you say matchbox in German? Streichholzschächterchen. How do you say temporary partner in German? Lebensabschnittspartner. How do you say food intolerance in German? Nahrungsmittelunverträglichkeit. How do you say life insurance company in German? Lebensversicherungsgesellschaft. How do you say mass communication service company in German? Massenkommunikationsdienstleistungsunternehmen. How do you say social insurance clerk trainee in German? Sozialversicherungsfachangestellten Auszubildender. So why are German words so long? Because compound words are written in one word in German. And you know what? This is possibly the simplest part of the German language. The simplest part of the German language. Oh my god, this one is really hard to pronounce. Czech Allen also says that the Greek Dutch 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 French Dutch 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 Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz Sozialversicherungsfachangestellten Auszubildender